Als ich da eben in dem Raum in der Ecke saß, hat mich einfach um die Ecke gekommen, hat abgeknallt. Ah, das war ich, das war einfach aus Reflex, sorry, das wollte ich nicht, weil du auf mich gezählt hast. Ich war gerade im Traitor-Shop, beziehungsweise in Waffen auswählen. Du warst trotzdem Traitor, wo ich abgeknallt habe in der Ecke. Das geilste war, da läuft einer lang, Headshot. Die stehen sich gegenüber, vor allem, das sagte auch nichts, hier wurde gerade erschossen oder so. Dann geht er zur Leiche hin, untersucht, Headshot. Feuer, Blitz läuft an mir vorbei, ich sag so, geh da lang, geh da lang. Kommt Bad Boy mir gegen mit dem Rifle, Headshot. Na. Da hat auch keiner was gesagt, das hat ich von Hammer, mir gefallen. Ey, ich hab echt heute den Eno-Pass, das ist nicht normal, ey. Ich bin auch schon wieder Eno, also, was soll ich sagen, he? Ich bin auch noch drin. Okay, Bad Boy und Black Soul sind's. Ey, ich bin's wirklich schon super, ich bin's wieder nicht, ey. Ja, der Au, der Au. Immer wenn du am lautesten weinst, bist du's. Komm, Lenk, ich hab das so gerade geschossen, ich hab den Schützloch gehört. Blitz? Ja. Okay, Freifahrtschein auf Blitz. Da ist Black Soul, trau ich nicht. Black Soul, das räumst du ja wohl wieder auf. Das ist nicht, nicht. Freund, das hab ich gesehen, du räumst das jetzt wieder auf. Sag mal. Muss ich erst hinterherkommen, das reicht. Gibt's ja nicht. Ich muss erst wieder hinterherkommen. Black Soul, du kommst jetzt mit, das räumst du auf. Komm mit. Ich hör'n Grapplinghut, dann ist Atta wieder... Sehze. Ja, das ist so ein bisschen sehze. Das ist jedes Mal so. Black Soul, nur Traitor machen Unordnung. Ja, das war Traitor. Nein, 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 nein. Ich. Gab's da verzeugen? Ja? Hast du verzeugen? Wie? Wie? Ich hab den... Ich hab den... Gucken auf meine AP. Ja, komm her. Da wo die... Äh, warte mal, wo bist du gerade? Ich heil dich. Hier. Wo ist es hier? Hier ist aber gut. Hier, gegenüber von dir direkt. Da liegt der Misch. Wird auf mich mit der... mit einer Mecke oder so geschlossen, oder? Ne, mit diesem Ding, ja. Vorsicht, hinter dir! Vor dir! Der... 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 bleibt da liegen. Sponty, weg! Sponty, weg! Sponty, geh weg! Sponty, geh weg! Sponty, geh weg! Sponty, geh weg! Wenn du mal stehen bleiben würdest... Ich bin beim Dietl. Du gehst erst mal... Sponty, geh weg! Sponty, geh weg! Geh weg! Raus! Hier, have a med kit. Wenn ich fertig bin, hier mit heilen, kannst du wiederkommen. Hier, have a med kit. Okay. So, heil dich selbst. Hier, heil dich selbst. Wie hebt das denn auf? Bin eh. Wollen wir wissen, was das spontanisch der Traitor ist? Ja. War ja sonst schon alle tot wert. Ja, er hätte uns einfach immer abkühlen können, als ich eben im Dings war im Shop und so weiter und du auf den Boden geguckt hast. Ich finde gar nicht das Ding. Auf der Position 8. Ich musste eh drücken, manchmal um auch zu heben. Bledig? 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 Was denn? Gut, ich wollte wissen, ob du es noch bist. Lass mich? Hast du aber gestorben? Ja, hab ich mir doch gehört. Ich weiß gerade noch nie wie. Ich war's nicht. Ich bin noch am Leben. Sponty ist wahrscheinlich tot. Oder nix von sich. Hat ich gerade angehört, dass er da noch runtergeflogen oder so? Okay. Black. Du. Das sind so Sprüche. Da hat sich angehört, als wäre jemand runtergeflogen. Aber. Geh weg. Was? Wer war's? Warum hast du auf mich geschossen? Du hast meine Identität. Ist doch klar, dass ich auf dich schieße. Hä? Ich hatte deine? Ich dachte, ich hätte Sponty's. Nee, bei dir stand gerade Badboy-Effig. Hab ich auch gewonnen. Ich dachte auch, es ist jetzt meine angenommen. So, Leute. Oh, ich trottel. Ich dachte schon, so von wegen. Den Sinn verstehe ich eben nicht. Oh, das war ja... Das war ja auch selten dämlich dann. Eigentlich hätte Badboy sich über einen Bruder freuen sollen. Ehrlich? Ja. Ja. Noch zwei Runden. Ach Gott. Wie doof. Aber er hat auch sofort geschaltet. Zum Mitteln. Ich hab Badboy. Denk ich von wie? Äh, LOL? Und dann drängt Bruder. Nein. TTT, nicht LOL. Ihnen. Falsches Spiel. Konzentrier dich. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin in Ruhe. Ich bin in Ruhe. Lalalalalala. Bleck ist... Lass mich in Ruhe. Ja, ja. Ganz ruhig. Huch. Ich war, glaube ich, jetzt bis jetzt einmal Twitter. Ich denke, du warst noch nie. Doch, einmal war ich Gott. Das ist jetzt. Nein. Ich bin mega genug. Oh, Blitz ist Dethe. Ich hab einen Inno-Pass. Ohne Spaß. Ich hab wirklich einen Saison-Pass. Also Blitz als Dethe macht mir mehr Angst als Wasser aus. Ich hab einen Deathringer gehört. Ich hab einen Deathringer gehört. Wer bin er? Einen Deathringer hab ich gehört. Ich bin aus Niederfringer. Da noch einen. Wo? Ich weiß es nicht wo. Ähm, da ist jemand durch das Glas gestorben. Ja, hab ich gesehen. Hab's gemerkt. Wolltest du grad auf mich schießen? Wolltest du grad auf mich schießen? Wolltest du grad auf mich schießen? Ich guck grad, wie ich da rüberkomm. Wie kommt man da rüber? Gar nicht. Wieso nicht? Doch, drück C. Was? Drück C. Wieso soll ich die C drücken? Um dein Menü zu öffnen. Ach so, und dann drück ich da auf Teleportation. Ja. Geh weg. Ja klar. Wenn du was sagst, mach ich das. Dann erschießt er dich halt von weiter hinten. Das ist kein Problem. Als Irr noch mach ich sowas nicht. Weg. Weg. Du warst so lange verdächtig. Weg. Was denn? Mach doch gar nichts. Weg. Geh weg. Ich schieß auf dich. So. Bist du wirklich drunter gesprungen? Ich bin drüber gekommen. Ich bin drüber gekommen. Ich bin drüber gekommen. Alter. Ich bin Detective. Ja. Und wie kommt man jetzt gleich wieder runter? Gar nicht mehr. Wo bist du? Ich geh mal hier weg, da hat der Traitor gar keine Chance überhaupt den Mann abzuknallen. Ich bin drüber gekommen. Bisschen drüber gekommen Sponti. Das ist mein Geheimnis. Ach, drüber gestammt oder? Nein. Aber nicht schlecht. Schöner Traitor Ort, oder Sponti? Ja, das hier. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich wollte Chris einfach seine letzte Ehre erweiten. Weg mit dir. Ich wollte Chris einfach seine letzte Ehre erweiten. Und bräuchte ich dabei selber rum. Weg mit dir, Sponti. Weg mit dir, Sponti. Wieso, ich leb doch noch. Ja. Ja genau. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich hab' auch geschossen. Oder selber gebankt. Nein. Ich weiß nicht. Entweder du oder Blattig. Ja, ich vertraue dir dich. Ich weiß definitiv nicht. Ich glaub' ich schalte dich nicht. Ja, du läufst auch so verdächtig weg. Nein. Wenn du auf mich schießen solltest, ich schieß zurück, ne? Sponti, Sponti verdächtigt sich selbst. Weg mit dir. Du bist Traitor, hundertprozentig. Nein, ich will kein Traitor. Sponti versteckt sich da so. Ja. Verdächtig. Nehm, Chris Leiche. Ja. Ich bleib jetzt hier natürlich stehen und guck was passiert ist. Ich möchte mit Chris spielen. Was ist mit dem Kuscheln? Das ist eher widerlich. Ey, Black, ich schieß jetzt auf dich. Du gehst mir auch so auf den Sack, ey. Immer dann läufst du mir vor der Flinte rum. Hau ab. Ey, ja, schädig ist wohl nix. Black, ich schieß auf dich. Aua, das tat weh. Lass uns auf jeden Fall zusammenarbeiten. Ja, ja, klar. Ne. Okay, Bad, dann arbeiten wir beide auch zusammen. Ah! Ja. Ich geh weiter, Black. Lass mich in Ruhe, Black. Black. Ich tu dir nix. Ja. Was sagst du jetzt, du Traitor? Bad Boy steht hier auch angeschossen? Ne, nicht angeschossen. Ich bin hier runtergefangen heute. Genau. Au. Ja, klar. Hätte ich auch gesagt. Arta, bist du noch weg? Höh? Mach das nicht. Komm nicht in meine Ecke und blicken. Bläh, das ist sauer. Dete lebt auch noch. Ne, nehmen alle noch aus. Ja, ich beschütze dich doch, Mensch. Nein! Und die lebt noch. Alter, ich darf ein Kabel. Hab ich nicht Schwein. Bad Boy. Ja. Nicht hinter mir her. Lass mich in Ruhe. Geh. Komm mir aus. Keine Sorge, ich hab ihn im Visier. Und ich leg langsam mal los. Aber ich muss dir echt sagen, es macht einen echt Spaß, für dich, zusammen zu sein. Der Dringer? Ja, danke. Der Dringer gehört? Ja, hab ich auch gehört. Ja, ich gelocht. Was? Was? Das ist das? Was ist das? Ach was. Nein! Bleib. Bleib da unten. Bleib unten. Ich tue noch nichts. Geh weg. Ja, ich bin doch weg. Oh, Alter. Oh nein. Oh nein. Hilfe. Lass uns hier oben wieder verstecken. Red Boy. Warte. Ha, Sponti. Ja, aber ich lebe noch. Herzlichen Glückwunsch. Warum bist du verletzt? Ja, du weißt schon, dass du rauskommen kannst. Du musst nur unter 10 Rocket Pack oder Jetpack, meine ich. Oder ein Grappling-Mode kaufen. Warte, ich drück mal kurz C. Warte, hört man das? Nee, du kannst auch eher eine kleine Taste drücken. Peng. Ich hab die ganze Zeit 1 und 4 gedrückt. Hier hockt das zu viel auf der Ecke. Red Boy kann gar nicht schießen. Oder Atta. Ja, Atta ist es. So, Freunde. Ich werde diesen Container verteidigen bis zum Tod. Welchen Container eigentlich? Den. Ah, okay. Ach, den? Daher ist der Container unten oder was? Vielleicht? No. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab bei Leon nur auf die Chance gehofft, dass endlich mal Bad Boy weg ist oder Blanick weg ist. Ich wollte die ganze Zeit nach Headshot verpassen, aber immer stand irgendein Piepel bei dir. Das hat mich so genervt. Und auf den DT schießt, während jemand dabei ist, das ist natürlich sehr aufwendig. Ja, das hat aber auch keiner bemerkt, dass ich dich abhastgeknallt hab. Ja, ich hab's gewusst, aber irgendwie... Ich hab's sofort gerufen. ...als du Bad Boy abgeknallt hast. Oh ne, oh, das ist scheiße. Ah, jetzt wird's langweilig. Schon die zweite Runde, Inno. Ich will kein D-Design. Ich will ein Glücksbärchen sein. Ich will auch Inno, what the fuck. Ich wollte Lara Croft immer schon einen Headshot verpassen. Meine To-Do-List hab ich abgehakt. Ich hab Lara Croft einen Headshot verpasst. So, wow. Ja, wollte ich immer mal machen. Okay. Oh, komm so. Oh, nein! Hä? Ich hab's geschafft. Ich lebe! Oh nein! Erlebe! Ich bin jetzt bis zum Ende der Runde safe. Bis zum Ende der Runde, Inno. Wieso? Versteck! Aua! Chris ist Traitor! Chris ist hundertprozentig Traitor! Na klar! Weil hier sind die, ähm, die Dings, die... ...die Laserpfeilen aufgebaut. Das ist hundertprozentig Chris. Hab ich gerade beide zerstört. Na klar bin ich da. Entschulde! Ja, wenn ich mich richtig sehe, ich knall dich einfach ab. So. Hallo? Der stand gerade gegenüber von dir, Atta. Warum knallst du ihn nicht ab? Wo? Du Lügner! Ja, auf dem anderen Gebäude, wo Bad Boy gestorben ist. Jetzt ist er gerade unter dir reingerannt. Echt? Da hab ich das übersehen. Und Blitz hinterher. Da hab ich nicht gesehen. Äh, du schaust spät, das ist gerade schlecht, Atta. Ja, dann knall mich doch ab. Soll ich runterspringen? Leck, gib mir mal Headshot. Nein, bis morgen. Na, los! Ich bin eh nur, Alter. Warum soll ich dir netter geben? Ja, erst mal weißt, dass ich nicht hier oben bin. Ja, guck doch, blöd ich aus dem Hotel. Ja, du bist grad vor mir. Bin ich nicht. Na, jetzt nicht mehr. Das ist wie, wie in diesen Zeichentrickszenen. Wo alle in eine Tür reinrennen und in einer anderen wieder rauskommen. Das sieht die gerade sehr lustig aus. Ja, ich bin aber auch gerade mit Sponty und Badboy. Ja, mach ich das auch. Ach, du bist ja gerade untergefallen. Atta ist gerade runtergesprungen. Hm, so. Das war, das war gerade mein Inno-Beweis. Na ja. Hey toll, jetzt hat er die Waffe weggeschmissen, weil er sich eine Silenced AWP kaufen kann. Ja, gut, dann läd ich wieder auf. Moment. Tag. Mach keinen Unterschied, weil du die eh kaufen kannst, weil die auf 8 fliegt. Ach, guck mal. Trost. Guck mal. Trost. Ähm. Wie guckt man hier halbwegs lebendig runter, Arter? Wo bist du denn? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Da oben? Ja. Womit zeige ich dir. Gar nicht, oder? Ähm. Guck mal, guck mal, guck mal. Hier. Geh mal. Geh mal hier in die Wand. Versuch doch mal dahin, wo ich jetzt hin schieße. Siehst du das da? Nein. Dass du auf die Kante kommst. Ja, auf die Kante. Ich bin tot. Ach, verdammt. Wer ist das? Wer ist rausfinden? Ich seh dich, aber ich krieg dich nicht abgeknallt. Ja, ich dich auch. Den siehst du. Ha! Dankeschön. Das war Chris. Kurze Information. Das ist ne unsichtbare Wand, da kommst du nicht durch. Ja, ich weiß. Aber er sieht mich auch. Das ist lustig. Hehehe. Warte, ich komm zu dir. Das sind Teufels mit euch. Doll. Oh, da ist der Teufel weg. Das war der Totator. Wie, man kann Leon nicht zielen. So, da war blödig. So, da war blödig. Was? Das ist jetzt nicht selber und nicht schlecht. Mit der C4, ne? Mit der C4, ne? Nein. Was ist denn C4? Ich hab nichts gemerkt. Doch, doch Chris, aber wo war? Hat irgendwo einer C4 gelegt, hat das Löffel gepiept. ja ich nicht so aber liebe leute das war die letzte runde auf der ich wünsche euch noch einen schönen tag und wir sehen uns in der nächsten folge wieder